Und so begegnen wir uns wieder. Nein, Uthar, so darf es nicht beginnen. Ich muss mich bei euch entschuldigen, Kommandantin. Als wir uns das letzte Mal begegnet sind, wollte ich mich euch erklären. Das Schicksal hat es jedoch verhindert. Ich hatte euch nur festgehalten, um zu verhindern, dass es zu einem ähnlichen Missverständnis wie mit dem Rest eures Ordens kommt. Ein Missverständnis? So bezeichnet ihr das also. Der Verzehrte hatte den Auftrag, die grauen Wächter um Hilfe zu bitten. Allerdings hätte ich wissen müssen, dass ihr unsere Kontaktaufnahme als Angriff deuten könntet. Es fällt mir schwer, richtig einzuschätzen, wie eure Art reagiert. Das Ergebnis war äußerst bedauerlich. Meine Art wird seit jeher dazu getrieben, nach den alten Göttern zu suchen. Das ist einfach unsere Natur. Und wenn wir einen von ihnen finden, beginnt eine Verdardnis. Jedes Mal greifen wir eure Länder an der Oberfläche an und jedes Mal leistet ihr uns so lange Widerstand, bis wir vernichtet sind. Um diesen Kreislauf zu durchbrechen, müssen meine Brüder von ihrem Zwang befreit werden. Und dafür brauche ich das Blut der grauen Wächter. Bevor eine Verderbnis beendet ist, finden Hunderttausende meiner Art den Tod. Sie ist eine Geißel unserer Rasse. Wir setzen die Verderbnis nicht in Gang, weil wir uns nach Macht oder Zerstörung sehnen. Wir gehorchen dem Ruf der alten Götter. Wir haben keine Wahl. Ihr trinkt das Blut meiner Art, um zu dem zu werden, was ihr jetzt seid. Um euch zu verwandeln. Und wir müssen uns auf die gleiche Weise verwandeln. Ich habe eine Variante eures Beitritts entwickelt, bei der wir das Blut der grauen Wächter verwenden. Ihr nehmt unsere Verderbtheit in euch auf. Und wir benötigen eure Widerstandsfähigkeit. Auf diese Weise werden meine Brüder frei sein. Der Schlüssel, um dem Ruf der alten Götter widerstehen zu können, liegt in eurem Blut. Ich mag mein Blut genau da, wo es ist. In meinen Adern. Sobald sie frei sind, denken meine Brüder selbstständig. Sie sprechen und handeln, wie sie es für richtig halten. Leider wissen nicht alle, mit diesem Geschenk auch umzugehen. Sie sind fehlerhaft und lehnen sich gegen mich auf. Die Mutter scharrt sie um sich, um mich aufzuhalten, so wie sie auch euch aufzuhalten versucht. Allein kann ich die Mutter nicht besiegen. Und solange sie existiert, kann ich die Dunkle Brut nicht befreien. Ihr und ich, wir verfolgen dasselbe Ziel. Tötet diese Kreatur. Sofort. Bevor sie alles noch schlimmer macht, als es ohnehin schon ist. Zögert nicht, das Richtige zu tun. So etwas Dämliches habe ich ja noch nie gehört. Das Letzte, was wir brauchen, ist noch mehr Dunkle Brut, die selbstständig denken kann. Helft mir die Mutter auszulöschen. Sobald dies geschehen ist, werde ich von ihr fortgehen, um meine Arbeit fortzusetzen. Was ist, wenn er sich irrt? Was ist, wenn das die Verderbnis nicht aufhält, sondern auch etwas viel Schlimmeres bewirkt? Nein! Nein! Er ist ein Monster! Ich kann nicht zulassen, dass ihr das tut! Doch, das will ich, aber... Gut. Ich hoffe, ihr wisst, was ihr tut. Auch wenn Sigrun euch zustimmt, ich tue es nicht. Dieses Monster hat unzählige graue Wächter ermordet. Ihr Tod muss gerecht werden. Ich bin nicht überzeugt, aber ich werde euch folgen. Zumindest vorerst. Mir ist bewusst, wie schwer es euch fallen muss, mir dieses Vertrauen entgegenzubringen. Ich hoffe, ich kann mich dessen würdig erweisen. Bis zur Mutter ist es nicht mehr Weitwächter. Aber ich kann sie nicht selbst angreifen. Ihre Kinder beschützen sie vor meiner Macht. Wenn ihr sie allerdings erreicht, werde ich alles in meiner Macht Stehende tun, um euch zu helfen. Ihr habt mein Wort. Wir sind glaubt! Wir sind gut, wir sind gut. Wir sind gut! Vielen Dank.